Okay, und zwar, wir spielen Pokémon-Stadtwerks mit ein bisschen anderen Kategorien. Das allererste ist legendäre Pokémon, mysteriöse Pokémon oder pseudolegendäre Pokémon. Also ein bisschen besonders, sagen wir es mal so. Weiß ein Standard-Kaiser-Zuschauer, was das ist? Ein pseudolegendäres Pokémon ist ein Pokémon, was eine Basiswertsumme von 600 oder höher ist. Was ist eine Basiswertsumme? Ist Maxax nicht eins? Maxax ist keins, tatsächlich. Pokémon endet mit gesuchten Buchstaben. Das heißt, wenn jetzt der Buchstabe S kommt, dann muss es auch mit S enden. Zum Beispiel Alabis wäre dann richtig, aber man muss trotzdem ein S an den Anfang setzen, damit es funktioniert, damit es von der Software her erkannt wird. Basisitem sind einfach Items, die fürs Spiel wichtig sind. Trageitem mit Kampfnutzen, das heißt, sie triggern irgendwie im Kampf. Spezielle Attacken sind halt spezielle Attacken. Es gibt ja physische, spezielle und Statusattacken, in dem Fall die speziellen. TM-Attacken sind Attacken, die man als TM im Spiel bekommt. Fähigkeiten, Charakter und Pokémon-Spiel ohne das Wort Pokémon. Das heißt, Rot würde dementsprechend bei R zählen. Ich glaube, das erklärt sich sonst von alleine. Wir starten einfach mal rein. Charakter, nur In-Game-Charaktere oder auch In-Game? Anni-Ming geht auch. Anni-Ming geht auch? Wenn es einen Poké-Wiki-Artikel dazu gibt. Ah, wir hatten gerade von A gesprochen. Anni. Anni ist ein legendäres, oder? Theoretisch. Ich habe actually nicht zugehört. Ich muss... Ich bin gerade ein bisschen... Ich bin auch ein bisschen raus. Ja, ich bin auch ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Wir machen erstmal eins. Jetzt hier, das hier. Dann haben wir... Boah, ich bin gerade ein bisschen... Ja. Fähigkeit mit A. Ja, warte, wir haben das hier auf jeden Fall. Achso, wir haben mit Stop drücken, ne? Ja, ja, mit Stop drücken. Das ist... Ach du Kapi. Warte, wieso... Ah, ja, ich muss... Okay, okay. Warte, wird so geschrieben? Oder mit Doppel? Ich glaube, so. Dann ist das auf jeden Fall ein... Basis-Item. Ein Trage-Item mit Kampfnutzen... Nutzen ist die... Du hast ein Basis-Item? Ja, ja. Ja, das ist easy. Trage-Item mit Kampfnutzen. Das müsste eigentlich easy sein. Aber mir fällt gerade nichts ein. Was gibt... Gibt es ein legendäres Pokémon? Ja, ja. Wir finden nur Fähigkeit. Spezielle Attacke. Mega, was? Hast du ja eine Fähigkeit mit A, hä? Ja, das ist ja easy. Ja, true. Bin fertig. Oh, ich weiß nicht, wie sind wir genau... Ach, Goyon ist keins. Dann mir ist die Ampelleuchte eingefallen. Ja, das stimmt. Goyon ist nicht. Arceus zählt. Arctos zählt. Amigento, auch ein legendäres Pokémon. Und wieder Arceus. Gibt nicht eine Beere mit A. Ja, mir fiel gerade nur die Aguaf Berry, die englische, ein. Aber die ist leider nicht... Da. Okay, A, Hussana. Schaut jetzt an die Leute, die mit A angefangen haben und mit A enden. Jawoll, Chimo, wir sind's. A bei Londa, also natürlich bei Londa ist richtig. Ama Gaga, smart. Ab Abra und A Flamara ist alles richtig. Aber auch dicker Kuss an alle, die den Anfangsbuchstaben, den richtigen Anfangsbuchstaben groß geschrieben haben. Ich glaube, Armreif ist nicht korrekt. Ich glaube, der Mega-Armreif. Ja, ich glaube, Armreif. Ja, man muss jetzt aber auch nicht zu sehr Augen machen. Du hast ja auch bei Londa klein geschrieben. Ach so, ja, gut. Wollen wir jetzt mal nicht zu sehr da reingehen. Wer ging's? Der Quatsch hier. Das Adressbuch gibt es? Der O mit grauer Kapuze ist der gute Timo, der Razor. Hallo. Ist ein süßer. So, Adressbuch ist, ja, safe. Ja, und Angel, alle haben die Angel. Tagealte mit Kampfnutzen. Oh, Flo ist stark. Oh, Akku ist stark. Krass. Wow. Den hab ich zuerst bei Fähigkeit hingeschrieben. Oh, ja, Amarena-Bäre wäre noch stark gewesen. True. Am-Rena-Bäre heißt sie. Ist nicht... Ah, doch, stimmt. Am-Rena-Bäre. Ja, 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 true. Am-Rena, ja. Ja, mir ist gerade auch im letzten Moment Ampelleuchter eingefallen. Hab ich halt keine Zeit mehr. Aquamodul gibt's auch. Timo, wieso haben wir uns diese Runde eigentlich ein Gehirn geteilt? Aquamodul, true, true, true. Nicht nur das. Guck mal weiter. Ist Astro, ne? Äh, Antreis haben wir auch. Ist Abschlag ne TM? Glaub schon, ja. Abschlag ist ne TM, ja. Zwischenzeitlich. Ja, das reicht ja auch. Ja, ja. Aquadurchschluss weiß ich nicht, ob das ne TM ist. Ich glaube, Aquadurchschluss ist zu gut, um ne TM gewesen zu sein. Ich glaube auch, dass es keine TM ist. Würde ich zumindest nicht sagen, ja. Durch Levelaufstieg, doch, es gibt TM 110 Aquadurchschluss. Okay, check, check. Okay, great. Fähigkeit Medaille, Anpassung, ja. Ja, Anpassung. Ja, ich war einfach zu. Timo, endlich mal was anderes. Endlich. Charakter mit der Ash. Oh, stimmt, wenn wir, wenn Ash Ketchum, äh, wenn wir, wenn einer Ash Ketchum, äh, Stimmt. Ist das jetzt richtig? Ash ist ein Charakter. Doch, doch, doch. Ash ist richtig, aber... Also für... Art Academy, na klar. Also für Michi auch nochmal, wenn wir den ausschreiben mit Nachnamen, dann, äh, zählt das eher. Ach so, ich kann schon, als ihr mich für Gary Eich bestrafen wolltet. Dann kann ich mich doch ganz gut hören. Das hat andere Zeiten. Andere Zeiten, alles easy, perfekt. Weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Die Pokémon Art Academy. Ja, kennt man. Pokémon Art Academy. Das ist mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Da zeig ich, also lernst du legit malen. Da gibt's Vorlagen quasi, die du zeigst, das ist ein DS-Game, 3DS-Game. Ja, das stölkst du jetzt noch weiter, oder nicht? Ja, einfach, einfach bestätigen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein etwas nerdigerer Stream, weil wir sehr im Pokémon-Game sind. Ja, wir zocken sehr viel Pokémon. So, na, wir doch nicht. Weiß ich ja nicht. Okay, ähm. Nur viele Jospa am Kopf. Ja, ich hab so viele Pokémon mit F im Kopf. Eigentlich hat Michi immer viele Jospa am Kopf. Was? Machen wir erstmal hier. Danke, Follow, Meski. Keine Ahnung. Da. Äh. Danke, Follow, Alex. Fähigkeit, Fähigkeit. Hm. Photonen-Geysir, oder? Das wird doch mit F geschrieben, Leute, oder? Äh, probier's. Genau. Ja. Ja, der macht einfach. Ähm. Das ist safe. Basis-Item. Gibt das ein Ding? Ah, nee, das ist ja die... Nee. Oh, nein. Äh. Okay. Basis-Item. Ja, Legi, oder Mythical-Absödo. Boah. Mein Gehirn ist grad so leer. Ja. Äh. Habt ihr ein Mythical-Legi und so? Nee, noch nicht. Boah, mir fehlt grad... Fähigkeit. Ey, Basis-Item bin ich echt scheiße drin, glaub ich. Aus einem hab ich. Was? Das hab ich auch. Ich hab ein Charakter. Ich auch. Och, hä? Charakter ist easy. Mir fällt... Hä, Charakter ist easy, sagt er. Er sagt, Charakter ist easy. Charakter ist wirklich easy, ja. Ah. Ja, okay, okay. Ey, Digga. Ähm. Legi, Mythical, Pseudo-Pokémon. Legendary. Ist das ein Item? Ja, ja, ja. Ja, mir fehlt nur Fähigkeit und Legendary. Ja, same. Mir fehlt spezielle Attacke noch. Ja, das ist easy. Mir fehlt Basis-Item, Trage-Item Legendary. Legi, Mythical... Ich geh grad so alle Legendaries durch, aber... Hm. Ja, das kann doch nicht sein, dass es... Ja, mir fehlt jetzt eins ein. Also, Flutterhaar ist halt leider kein Legendary. Ja, den hast du mir auch eingefallen. Ich füge mir nicht ein. Legendary. Oh, maybe? Ich... Boah. Hä? Als ob es... Glaube, ja. Kein... Ja, es gibt safe eins. Gibt es ein Pseudo-legendäres Pokémon? Nee, aber... Nee, fällt mir nichts ein. Fähigkeit muss ich vielleicht einfach machen. Fähigkeit. Ah, ich hab ne Fähigkeit, okay. Kann ich einfach Kamikaze machen, nur für aufdrucken, wo ich nichts habe? Nee, wenn du es nicht hast, dann... Mir fehlt noch Pokémon-Spiel. Ah, ich hab ne Fähigkeit! Michi, hast du Legendary? Ich hab doch drauf. Hast du ein Legendary damit? Mir fehlt nur noch Pokémon-Spiel. Okay, es gibt nur noch Legendary. Oh, Gott sei Dank. Endlich ein Trage-Item, Alter. Pokémon-Spiel. Okay, okay, okay. Komm, Legendary, Legendary. Oder Michi? Ja, das hab ich auch die ganze Zeit. Im Kopf. Was ist das denn für ein Spiel? Boah, nee, der wurde ja nie... Nee, das... Nee, der kann man nicht... Den kann ich nicht bringen. Da müssen wir so weg-Xen. Oder? Nee, einfach... Du hast ein Legendary, Michi? Es gibt, glaub ich, kein Legendary. Glaubst? Wie du glaubst. Wie du glaubst. Das ist... Nee, das ist kein... Feli Ospa ist kein Legendary, auch wenn es... Ich hab' ich kein Story. Hey, ich wollte aber auch Feli Ospa schreiben. Das ist so geil. Ach, Feli Ospa hieß die Zweistufe. Die hat mir zum Beispiel bei Dingens gefehlt. Bei Dingens. Hab' ich gesehen. Hab' ich persönlich genommen. Welches Basis-Item habt ihr? Ich glaub, ich glaub, es gibt's nicht. Ich glaub, es gibt's nicht. Ich drück jetzt, ja. So. Fluet. Ja, diese Tunnel-Form. Gönnt ihr nur? Nee. Nein, gehört mir nicht so ein... Hä? Michi, was hattest du denn? Was hattest du denn, wenn du hier nichts hast jetzt? Was hattest du denn als erstes? Feli Ospa. Feli Ospa hast du? Was? Also hier im Chat steht gerade nur, Furienblitz zählt nicht, oder? Ja, Furienblitz wär, glaub ich, das, was am nächsten ankommen würde, aber... Fahler Kapu. Finde ich gut. Ich sag immer noch Ehre an die Leute, die Anfang und Ende selben... Ich wusste, Timo, dass du das auf jeden Fall machen wirst. Same, 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 same. Junge, rabe doch Epitaph, wir haben uns so gut aufgestellt. Ja, ja, easy, easy. Aber ich enjoy das viel zu sehr. Bars-Item. Fahrrad. Ja. Fernbedienung? Flöte bin ich mir nicht sicher. Die Gen-6-Flöte heißt, glaub ich, einfach nur Flöte. Fernbedienung? Ich weiß, also, sowohl Flöte als auch Fernbedienung gibt's, glaub ich, nicht. Also nur Flöte gibt's nicht. Die Gen-6-Flöte heißt, glaub ich, Flöte. Fernbedienung kannst du Rotom in die Fernseher formen. Ja, der heißt Pokoflöte. Ich glaub, der heißt Pokoflöte, ja. Es gibt Flöte, gibt es nicht. Fangpin ist richtig und Fahrrad ist auch richtig. Ja, Timo ist halt in meinem Kopf. Oh, mit Fangpin war ich mir echt nicht sicher. So, Volpars-Beere ist die Anti-Wasser-Beere. Also, da bin ich safe. Ey, da hab ich so lange überlegt, wie diese Drecks-Beere hieß mit F, ne? Aber ich komm nicht drauf. Feen-Down-O-Flink-Klau-Flink-Klau-Fragia-Beere ist alles richtig. Feen-Down-O-Stark. Ja, das ist ja echt stark. Flamme-Eberat, Dennis? Das ist kein Term. Jetzt reicht's aber. Oh mein Gott. Oh, warte. Oh nein, ich hab... Oh je, oh je, oh je. Ich wollte Flammen-Wurf schreiten. Ja, warte mal. Guck mal, bei Term-Attacke hab ich Flammen-Wurf geschrieben. Nee, 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 nee. Okay, und irgendwie bin ich da... Wie bin ich denn auf Flammen-Rad abgedriftet? Hab ich das speziell einfach ignoriert? Wahrscheinlich. Ja, weiß man nicht, ne? TM-Attacke. In dem Moment hab ich wahrscheinlich... Fliegen war später eine TM geworden. Ja, genau. Er war... Ja, das ist hart. Ja, ja, das ist alles richtig. Feuersturm. Oh man, ich hab überlegt, ob ich Flammen-Wurf oder Feuersturm nehme. Ist Feuerpeitsche eine TM-Attacke? Ich hatte erst mal Feuerpeitsche, da bin ich mir unsicher. Nein, 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 nein. Die kann nur Feetmoor. Ja, ja, ja. Und... Nee, okay, okay. Wir können noch, oder? Es gibt eins, Chat. Was? Ja, Leute, Frospino hätten wir schreiben können. Safe, oder? Oh, na, zählen. Nee, mehr auf Point-Dekommenter. Ich hätte schon gesagt. Ja, ja, safe. Ich bin Frospino. Ich war sogar die ganze Zeit in der Dings-Reihe, weil ich die ganze Zeit an Freebanks gedacht hab. Und dann dachte ich, in dem Moment englischen Namen geht. Ja, okay, okay. Und dann bin ich weitergegangen. Frospino ist stark. Ist Flora-Statue... Warte, ist Flora-Statue speziell? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Alle drei sind speziell. Okay, ich war mal auf eine Serie, ich dachte... Äh, Fahren ist der... Oh, nee, warte. Gibt's nicht. Ja, ne, gibt's nicht. Okay, ne, Moment. Ich hab Fahren... Nein, Fluch! Ich hab Klaren im Kopf gehabt. Alter, wieder Flamla. Ah, Blamia, wieder... Digga, was? Michi? Ryder? Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meins da jetzt zählt beim letzten, aber ich darf schon. Es ist aber Portman Ranger, äh, Almjahs Finsternis. Ranger, 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 nur bei Air. Ja, aber es ist Portman Ranger, Finsternis über Almjah. Das hab ich ja vorher gefragt. Mit Mystery Dungeon ist das über Almjah. Ah, mit Finsternis der Zeit, aber... Wir sind einfach in Mystery Dungeon und Finsternis über Almjah verknüpft. Ja, meine Ausrede, ich bin krank. Was für die Besserung? Gute Besserung. Letzte Runde. Letzte Runde. Das weiß ich doch nicht, Regi, oder? Ja. Och, V. Mit V. Was? Ach, du Scheiße. Aber ich hab direkt... One-Nable V? Ach, du Scheiße. Ist das C das? Boah. Boah, das ist wild. Ja. Das ist echt schwierig. Aber ein Puppen, was mit V endet, gibt's doch safe nicht. Safe. Doch. Safe stimmt. Weiß ich nicht. Ich glaub eher das andere wird alles ein Problem sein. Also, ich hab jetzt schon drei Sachen, aber es wird irgendwann richtig schwierig, glaub ich. Also, Puppen-Spiel gibt's nicht mit V, sag ich. Doch, oder? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Das war jetzt erstmal bei Regi, was meinten wir alle nach einer Sekunde, gibt's alles nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Ja, ich bin fertig, ich drück Stopp. Okay, mach das. Hast du unser Köpfchen anstrengt? Äh, Trage-Item mit Kaffee? Ja, Trage- und Barseitem, ne? Ja. Boah, das find ich so schwierig. Hm, hm, hm. Mon endet mit gesuchtem Buchstaben V. Am Ende ein V. Ja, das ist ja auch noch. Lol. Ich schau auf jeden Fall nicht in den Chat, so. Auf, das gibt's bestimmt noch. Jetzt halber. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so eins gibt. Ich glaub, es gibt sogar mehr. Ich glaub irgendwie auch, dass es mehr gibt. Weiß ich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so. Wahrscheinlich genauso viele Pokémon, die mit V starten, gibt's auch bestimmt. Mit IV, mit AV gibt's bestimmt was. So IV vor allem. Torwilf. Ja, ich überleg auch die ganze Zeit in die Richtung. Es stehen auch Hacks, so Pokémon Volt White. Ja, na nee. Wär stark. Ich sag Volt White, ja doch. Okay, dann Volt White. Let's go. Volt White. Okay, dann schreib ich jetzt Volt White. Hab aufgeschrieben, ja. Topp. Gut, ähm, sehen bei Mons mit V auch welche, die mit F enden? Nein. Nein. Ich dachte, ich frag einfach mal. Nein. Habt ihr schon Basis-Item und Trage-Item? Nee, gar nicht. Also ich glaub, es gibt Mon-Ende mit gesuchten Buchstaben nicht, Basis-Item nicht, Trage-Item mit Kampfnussensicht und Fähigkeiten nicht. Ich glaub, was noch nicht? Fähigkeit. Doch, gibt es. Hast du Fähigkeit? Fähigkeit hab ich drei Stück. Ja, ja. Okay. Ich würde sagen, lass mal jetzt hier ein bisschen erst nachdenken. Ja, ja, alles gut. Ich mach gleich einfach auf fertig, obwohl mir Mon fehlt. Also ich weiß nicht, ob das ein Basis-Item ist. Ich schreib's einfach hin, weil ich weiß, wo ich's ... Also ich sag, Trage-Item mit Kampfnussensicht und es safe geht, aber mir fällt mir grad nichts ein. Ja. Habt ihr da was? Also, mit Schleuder? Nee, Schleuder zählt nicht. Ich weiß, das war ein Joke. Reicht jetzt hier. Es gibt keine Jokes. Das war ein Joke, Mann. Doch, ich möchte noch hin. Ja, mir fällt nichts. Nee, mein Kopf ist weg. Ich nenn das auf ... Ja, mein Kopf ist heute auch gar nicht da, Alter. Pokémon-Spieler, habt ihr da was? Nee. Nee. Ja, doch. Was? Nein, hat er nicht. Boah. Boah. Trage-Item mit Kampfnutzen. Was für einen Kampfnutzen gibt es denn? Boah. Boah. Oh. Ich find's schwierig. Das ist unfassbar schwer. Aber, Dings, nehmen wir ... Also ... Keine englischen. Nein, Pokémon weiterzählen. Nee, ich meinte Orden. Ich glaub, das ist ... ... Item? Nee, 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 nee. Das ist ein Dings. Boah, ich weiß nicht. Ich glaub, das ist ein Item. Tim. Das könnte aber auch anders heißen. Ich würd's einfach ausprobieren. Fahlschal. Am I right, guys? Jaja. Fahlschal. Also, ich fähre kurz davor aufzugeben, weil ich ... Also, ich hab jetzt noch drei ... Ja, gib mir noch eine Minute. Ich hab das Gefühl, es gibt noch so viele, die ich eigentlich ... Die eigentlich ... ... auch nicht drauf auf. Also ich bin gespannt, gleich in den Chat zu schauen Weil jetzt gerade schaue ich extra nicht rein Weil ich glaube, da wird es geschrieben Und da könnten ein paar gute Gäste sein Aber fällt noch nicht so ein Die googeln ja auch alle Die sind einfach Kenner Die kennen sich aus Also ich bin Ich glaube, die Kaiser-Zuschauer Die wissen das Ich glaube auch Ich gehe jetzt aufhör auf, oder? Er ist so geil aufs Aufhören Basis-Item brauche ich noch War als ob du alles andere hast Ja, also Außer das, was ihr auch nicht habt Habe ich auch nicht Aber ihr habt auch noch keine Fähigkeit Ich habe auch noch keine Fähigkeit Ja, okay, mach fertig Ja, mach fertig, mach fertig Okay, rein, drück drauf Ich habe nicht drauf gedrückt Michi, du hast nicht dein Lieblings-Pokémon Das ist X-Ich-Weg Das ist ja Quatsch Nee, ich wusste, dass der für Victini geht Ich gehe ja auf zwei Oh, das ist eine gute Fähigkeit Sophie hatte hier eine Fähigkeit Aber es gibt sogar zwei Fähigkeiten Oh nein, es gibt drei Ja, es gibt viele Völlerei Ah, das ist so Stark, stark, stark Was gab es da? Ja, können wir gleich nochmal Westbrit wäre hier bei Legendaries Auch noch gewesen Stark Ja, Stark Wenikrove Wenikrove Warte, was für ein Wenikrove Volt-On ist kein Basis-Item Ja, ja, deswegen Es gab den Dings, den Visocaster actually Die Megasteine sind das Basis-Item? Und es gibt Hey, warte mal Wer hat das weggemacht? Es gibt den Voltium-Z Ich habe es gerade nachgeschaut Es ist richtig Irgendjemand hat das weggegst bei mir Warte Voltium-Z ist ein Basis-Item Ja, ja Aber Megasteine nicht Ja, das stimmt Naja, du kannst doch keinen Basis-Stein zum Tragen geben Die tragen das doch Also bei Trage-Item hättest du das hinschaut Ja, Voltium, sie ist kein Post-Item Oh, ja Oh, nein, stimmt Ich wollte gerade sagen Deswegen war es schon richtig, dass ich es ge-ixt hatte Ihr hattet das beide bei Trage-Item hinschaut Och Mann, wir sind so dumm Aber Versteckschlüssel gibt es auch nicht Versteckschlüssel ist auch Quatsch Naja, aber Also genau genommen Gibt es schon Schlüssel zu verstecken, ne? Ja, gut Vital-Knuspe Ich glaube auch Ja, Vital-Knuspe Aber hat keinen Kampfnutzen, oder? Vermutlich nicht Nee, arzt nicht Aber V-Generator Ach Dennis, ich hasse dich Ich glaube, ich hab was verhauen V-Generator ist keine spezielle Attacke Ja, ja, ja Den hatte ich nämlich auch die ganze Zeit im Kopf Und dachte so Moment, nee V-Generator war glaube ich das erste Was man bei V Ja Ich weiß nicht, wieso ich nicht Voltwechsel Auch dabei spezieller Attacke Sorry, Flo und Timo Aber vielen, da ist ziemlich sicher keine TM Ja, kein Plan Ich war komplett raus Oh mein Gott Da hab ich gar nicht mehr drüber nachgedacht Das war das erste, was ich hingeschrieben hab Um erstmal was zu haben Und dann hab ich da nie wieder hingeguckt Fuck Alles passiert Doch, was ist die TM? TM60 TM60 Hallo, stopp Das hören die ganzen X hier Ja, klar Okay, da war mal ein Boah, Vorahnung Wir wussten das Ja, als ob ihr alle eine Fähigkeit mit V Vorahnung, voller Reif Voltabsorber, stark Ja, es hat doch noch Biskosität Biskosität gibt's auch noch Deswegen, ich hatte auch drei im Kopf Es gibt schon einige, ja Im Nachhinein sind mir welche eingefallen Aber ihr wart ja so geil darauf Ich glaube, ich weiß, wieso ich Voltium-Z Bei Baris-Item reingepackt hab Weil hier Proud hat auch geschrieben Z-Sachen hatten ihren eigenen Taschenslot Die hatten doch so ein Z-Kristall Dings, deswegen Aber das ist ja trotzdem falsch Ich würde sau gerne Volker wegstreichen Weil der heißt Volkner Das stimmt Aber das triggert mich überhart Dass da Volker steht Ja, ja, safe Aber ich habe hier noch zwei Sehr, sehr coole Vorschläge Für Pokémon, was auf V endet Okay Einmal, wo ich sage Ich glaube, das hätte ich nicht durchgewunken Glurak V Weil es das im TCG gibt Achso, es gibt ja viele Aber die Idee fand ich cool Aber Und das würde auch nur einmalig zählen Aber die Idee ist halt super strong Icognito V Ja Doch, finde ich gut Hätte ich durchgewunken Dieses Mal Und jetzt möchte ich Volker Ich wollte den zuerst Weg-Xen Dann habe ich den gegoogelt Und es gibt Volker als TCG-Charakter Ja, den meinte er nicht Ja, den meinte er nicht Genau Deswegen würde ich ihm jetzt das ex-Xen wieder wegnehmen Das war nämlich klar, dass er den Volker meinte Ja, ja, ja Das dachte ich mir dann Ey, ganz ehrlich Ganz ehrlich, Rahim Ich hätte dir den Punkt gegeben Wenn du Voltoballfalle geschrieben hättest Und nicht Voltoballfalle Oh ja, das sehe ich den Punkt Das sehe ich Aber dann hätte ich es kreativ gefunden Das ist okay So zählt halt nur Volt Ist okay Halt der Chat Los, Jungs Drei Leute Die alles für Volt-White gegangen sind Da können wir es ja einfach alle erlauben Wer hat das weggemacht von uns dreien? Michi Michi Nein, nein Stopp, stopp, stopp Hallo Stopp Okay, okay, okay Sehr gut, sehr gut Hallo Darme nicht wieder Geschädigte Hier, einmal ganz kurz Hier, ich will kurz den VAR Hier, Moment mal ganz kurz Dann haben wir das ja geklärt, oder Freunde? Nein Hier wird geingst Hallo Hat der Chat eigentlich irgendwas gesagt zu Trageitem, oder? Ne, ne, ne Bevor ihr ablenkt Ich will kurz das X dort haben Wieso Kaster? Oh, wieso Kaster? Bei Flo muss noch ein X Da muss noch ein X bei Flo Ey, hier müssen wir bestätigen Nein, Flo, entweder bei allen Okay, ich mach du weg Dann mach ich bei uns auch weg Okay Macht jetzt X Nein, du hast schon bestätigt Du hast schon bestätigt Scheiße Ich wollte wirklich wegmachen Oh, ich habe wieder eine Strumpe Geld set Gut, Geld Oh, 10 Punkte nur, Mann Ah, ich bin gerade nicht drin Röterknapp da vorne, ne? Alles für die Punkte Abstand Und rein Ja, hallo, ich war dabei